hallo ihr lieben heute ist wenn ihr das seht ist das der erste weihnachtsfeiertag ich habe jetzt einfach mal geschaut ich habe ja unheimlich viele untersätze aktuell gemacht zum teil zum verschenken zum teil eben halt auch einfach zum ausprobieren und versuche jetzt gerade so ein bisschen zusammenzuschnippeln weil alles auf einmal in einem video glaube ich ist für euch zu langweilig ich versuche so ein bisschen paar sachen einfach zusammenzufassen und euch dann zu zeigen und was für mich der hintergrund war um zum beispiel auszuprobieren und ja also dadurch hoffe ich dass es euch auch gefällt ich habe logischerweise mit epoxidarts gemacht und habe weil für mich jetzt zum beispiel die untersetzer sehr wichtig waren habe ich eben auch mit buchstaben gearbeitet ich habe durch zufall mal bei t die ist keine werbung oder so sondern ich habe es tatsächlich gesehen und habe dort kleine buchstaben gefunden bisher hatte ich ja immer die größeren buchstaben womit sich aber in den untersetzern das immer ein bisschen schwierig gemacht hat längere wörter oder namen oder ähnliches damit zu machen sondern eben meistens bloß ein buchstaben oder die initialien und dadurch fand ich jetzt diese kleinen buchstaben wirklich echt schön die machen sich nicht ganz so leicht wie es mir gewünscht habe aber sie machen ihren zweck ich musste bei manchen buchstaben wie das e zum beispiel oder das c und das s musste ich mehrere machen erstmal weil das meistens der buchstabe ist der gefühlt am meisten gebraucht wird aber auch weil mir da am meisten schiefgegangen ist ich habe leider irgendwie nie gesehen wenn das in der silikonform nicht komplett drin ist was ich natürlich so ein bisschen schade fand weil es natürlich eben dementsprechend noch mal machen musste und man bekommt diesen goldton nie so noch mal hin wie man es gerne möchte oder wie man es vorher schon hatte und also ich zumindest nicht andere will ich jetzt gar nicht ausschließen die sind dafür ich noch schon viel viel weiter mit dem ganzen und genau und dann habe ich hier noch so ornamente die so richtung gesundheit auch gehen und weil ich da eben auch schon mal ausprobieren wollte wie funktionieren sie am besten kommt das gut rüber weil nicht jede form kommt das so schön dann raus was da so eingeprägt ist und aber die form ist wirklich toll ich habe die bei ich glaube die habe ich bei erziegel kauft aber ich weiß es nicht genau so musste mich erst mal wieder ein bisschen anders hinsetzen genau also dementsprechend das war erst mal so meine basis das heißt ich habe die ganzen buchstaben gemacht habe die aushärten lassen mein epoxy tarts ist immer noch das resin for decor das ist für mich das was für mich am besten funktioniert das problem ist eigentlich aktuell nur dass ich meistens nur die großen flaschen kriege ich bin mit den großen flaschen sehr auf kriegswut erstens sind sie sehr schwer zu händeln aber ich hoffe dass ich jetzt die kleineren flaschen wieder bekomme ja sie sind vielleicht umgerechnet teurer aber ich komme damit viel viel besser klar ich habe nicht so ein verschleiß in dem sinne weil ich versehentlich zu viel rein schubse in meinen becher und wie gesagt ist vollkommen okay wer mit den großen flaschen besser klar kommt da ich es nicht beruflich mache muss ich da jetzt nicht schauen dass ich irgendwie in der masse dann irgendwo das besser hinbekomme für mich ist es ein reines hobby und hobby was ich wirklich sehr sehr gerne mag und auch immer wieder sehr gerne auch neue sachen ausprobiere und wie man es am besten macht im moment bin ich noch bei den lampen dran mir passieren einfach zu viele bläschen da drin in diesen formen da bekomme ich die aber auch nicht raus also ich kann dort nicht mit wärme so reingehen wie ich vielleicht bei einem untersetzer mache und dementsprechend ja ja und dann habe ich die buchstaben sind ja dann fertig ich habe dann auch soweit alle buchstaben die ich gebraucht habe auch genommen und genutzt und dementsprechend dann auch sortiert beim sortieren bitte darauf achten dass ihr die spiegelverkehrt hinlegt weil das ist natürlich ein wichtiger punkt damit auch zu lesen ist man sollte jetzt nicht gucken dass man das so lesen kann sondern eben wirklich spiegelverkehrt ich habe zuerst auch so mein kopf hat einen moment gebraucht um das ganze so hinzubekommen aber es ging es war dann doch möglich und der name hat tatsache gerade so reingepasst so wie es haben wollte und habe dort dann in die lücken auch so ne also in diesen namen buchstaben reicht dann tatsache so ein bisschen auch so ein ornament mit reingepackt damit es ja wie sage ich schön ist genau und in der mitte dann eben auch noch eins und ich musste erst ein bisschen schauen weil ich nicht genau wusste was mache ich da jetzt am besten rein was passt am besten auch und genau das einzige ist das werdet ihr dann weiß gar nicht ob es dann so richtig so erkennt aber ich glaube spätestens wenn ich es raushole aus der form wird euch auffallen ich habe unheimlich viel glitzer drin aber gut da muss auch ein mann der es nämlich geschenkt bekommen hat dann auch durch aber es ist immer im blau mit beim also ja hier mache ich jetzt gerade nur eine basis nämlich eine durchsichtige schicht aufgrund dessen weil sonst die buchstaben so ein bisschen schwimmen noch wenn ich jetzt also dass oder die werden halt hochgegangen und man hätte die buchstaben nicht mehr gesehen wenn ich jetzt gleich mit der farbe gearbeitet hätte und so habe ich wirklich eine kleine dünne schicht mit durchsichtigem harz gemacht damit es am besten dann aushärtet und ich dann mit einer wunderschönen bunten schicht dann eben den hintergrund mache ja während ich jetzt da gerade noch so ein bisschen wussel mein kanal ist dieses jahr tatsache sehr gewachsen ich weiß nicht ob ich nächste woche noch ein video hochlade ich muss es schauen einfach weil ich unheimlich viel auch in der nächsten woche vor habe und beziehungsweise auch zu tun habe ich gehe auch noch arbeiten ich gehe zwei tage arbeit nächste woche noch und dementsprechend möchte es auf jeden fall jetzt schon sagen ich danke euch sehr dass der kanal jetzt wirklich für mich halt sehr groß geworden ist dass wir mittlerweile über 400 abonnenten sind vielen vielen dank von herzen ist nicht selbstverständlich ich bin jemand der es aus hobby macht und es hat nicht die qualität von einem profi aber ich lieb es einfach sehr und ich nehme euch da total gerne mit wie es am besten wie ich aktuell sachen ausprobiere und in jeglicher art und weise und dadurch sage ich vielen dank und ich freue mich dass ihr da seid und wünsche euch natürlich jetzt noch schöne feiertage und guten rutsch wie gesagt ich weiß noch nicht vielleicht fällt mir noch was ein dass ich euch da noch mal mitnehmen vielleicht auch bei einem jahresrückblick je nachdem muss ich noch mal schauen und genau ja hier mache ich jetzt gerade das blau rein das weiß und zum glitzer und das ganze sind so eine schimmernden farben die in aus jeder richtung so ein bisschen anders sind was ich persönlich so so schöne farben finde also die qualität ist mega und dadurch falls ihr so eine farben sucht ich habe meine von amazon habe da wirklich so ein bisschen geschaut dass da eigentlich auch relativ gute bewertungen sind ich fand die farbauswahl sehr wichtig da sind acht farben drin und ja und dann wie immer so einen durchsichtigen klecks noch mit rein und damit das ganze so ein bisschen schöner ist und also einfach dieses epoxide harz besser arbeitet und jetzt kommt auch schon das rausholen aus dem aus der form ihr seht schon also wie gesagt ich lieb ich liebe das ergebnis es ist so schön gewonnen und dementsprechend sag ich jetzt schon erstmal wieder tschüss und ich hoffe wir sehen uns vielleicht an silvester nochmal beziehungsweise neujahr oder halt im nächsten jahr und ich freue mich auf euch bis dann tschüss